Hallo ihr wieder auf dem Kanal, ich bin Ralf Kaiser. Es ist Sonntag, du guckst wie immer deinen Lieblings-YouTuber und danach mich. Vor kurzem war ich auf der Hauptversammlung von Fuchs Pedro Lupp, einem Mannheimer Schmierölhersteller aus dem MDAX. Ich berichte heute davon und wir besprechen diesmal, ob es für Privatanleger sinnvoll ist, Hauptversammlungen zu besuchen. Oder ist das etwa einfach vergeudete Zeit, die wir besser nutzen können? Klingt trocken, aber an einigen Stellen wirst du schmunzeln müssen, versprochen. Wenn es dich interessiert, bleib also dran. Was ist die Hauptversammlung überhaupt? Jede Aktiengesellschaft, kurz AG, muss laut Gesetz drei Organe stellen. Ein Vorstand, ein Aufsichtsrat und die Hauptversammlung. In der jährlich stattfindenden Hauptversammlung treffen sich die Anteilseigner, also die Aktionäre einer AG. Auch der Vorstand und der Aufsichtsrat sollten am Treffen teilnehmen. In der Hauptversammlung üben die Aktionäre ihre Rechte aus, unter anderem zum Beispiel die Ernennung des Aufsichtsrates, der ja den Vorstand und somit das Management kontrolliert. Auch das Verlangen nach Auskünften und Vorbringen von Klagen gegenüber dem Vorstand gehört natürlich dazu. In den letzten Jahren fanden im Rahmen der Corona-Krise häufiger virtuelle Hauptversammlungen statt. Diese werden online durchgeführt und führten in den letzten Jahren dazu, dass die Teilnehmerzahlen nach unten gingen, zumal das Stellen von Fragen an den Vorstand und den Aufsichtsrat recht kompliziert war, weswegen virtuelle Hauptversammlungen bei vielen Aktionären nicht sehr geschätzt werden. Den Firmen selbst war die virtuelle Hauptversammlung jedoch sehr recht, weil sie Aufwand und Kosten genauso reduziert, wie die Einspruchsmöglichkeiten der Aktionäre. Aber bevor wir weiter ins Thema einsteigen, bitte ich euch, den Kanal zu abonnieren. Das hilft eine ganze Menge weiter. Wie läuft eine Hauptversammlung ab? Wir schauen uns das an am Beispiel der Versammlung von Fuchs Petrolup, die im Mai diesen Jahres in Mannheim stattfand. Viele Aktionäre beginnen den harten Hauptversammlungstag damit, sich erst mal mit einem Kaffee und einem Stück Kuchen zu versorgen. Im Versammlungssaal füllen sich dann langsam die Reihen. Interessante Einblicke in die Eigentümerstruktur erhielt man, wenn man auf die reservierten Plätze in der ersten Reihe des Zuschauerbereiches achtete. Dort finden sich ganz offensichtlich die Familienmitglieder der Fuchs-Dynastie ein und nehmen nicht Platz, bevor sie den Familienpatriarch begrüßt haben. Bei Fuchs Petrolup sieht die Besitzerstruktur so aus, dass die Mehrheit der stimmberechtigten Aktien bei der Familie liegt und das Management von Stefan Fuchs einem Spross der Familie als Vorstandsvorsitzenden geführt wird. Es ist in diesem Zuge mehr als wahrscheinlich, dass die wesentlichen Entscheidungen bereits vor der Hauptversammlung auf einer familieninternen Sitzung besprochen und festgelegt wurden. Dies dürfte übrigens nicht nur bei familiengeführten Unternehmen so sein, vielmehr ist zu erwarten, dass wesentliche Entscheidungen regelmäßig mit großen Aktionären bereits im Vorfeld sondiert werden. Daher sind überraschende Abstimmungsergebnisse bei einer Hauptversammlung in der Regel nicht zu erwarten, was die Spannung auf ein Mindestmaß reduziert. Die Versammlung wird mit der Ansprache des Aufsichtsratsvorsitzenden Christoph Loos aufgenommen. Es wurden neue Mitglieder des Vorstandes vorgestellt, unter anderem mit einer Selbstvorstellung der neuen Finanzchefin, was ich informativ fand, weil man einen Eindruck von den Personen und deren Umgang miteinander innerhalb des Vorstandes mitbekommt. Anschließend folgte dann die Rede des Vorstandsvorsitzenden Stefan Fuchs, der dann auch wesentliche Punkte der folgenden Abstimmung, wie zum Beispiel der Verwendung des Bilanzgewinnes und Höhe der Dividende vorstellte. Auch der Hinweis darauf, wie unglaublich divers das Unternehmen aufgestellt ist, bleibt uns natürlich nicht erspart. Das gehört heute einfach dazu. Danach kommt die Aussprache. Hier halten mehrere Repräsentanten der Aktionärsvereinigungen einen Vortrag, der in abschließenden Fragen gipfelt, die im Anschluss direkt vom jeweiligen Vorstandsmitglied beantwortet werden. Aber auch Kleinaktionäre haben hier dann ihren ganz großen Auftritt. Es entbehrt nicht einer gewissen Komik, was da im Einzelnen moniert wird. Fast dachte ich, die Personen werden wohl vorher extra gecastet? Ein älterer Herr fragte den Vorstand mit Verweis auf seine langjährige Aktieninhaberschaft, warum die Parktickets im Rahmen der Hauptversammlung diesmal nicht mehr von der Firma bezahlt wurden. Auch in Erinnerung geblieben ist mir der Auftritt einer älteren Dame, die sich sehr ernsthaft vorgetragen große Sorgen machte, dass aufgrund des weiter bestehenden Russlandgeschäftes der Firma Schmieröl in russischen Kampfpanzern laufen könnte und wie der Vorstand sicherstellen wolle, dass dies auf keinen Fall passiert. So amüsant ich die Einwürfe fand, tat es mir doch weh für die etwa 1.000 Anwesenden, ihre Zeit auf solche Fragen zu verwenden, die nichts mit der großen Richtung des Unternehmens zu tun haben. Es folgt schließlich die Abstimmung über die anstehenden Punkte mit erwartbarem Ergebnis, wonach sich die Aktionäre angesichts der anstrengenden Leistung zunächst einmal stärken mussten. Echter Hausmannskurs statt erlesener Köstlichkeiten sind da Programm, zumal ich den Eindruck hatte, dass die Mehrheit der Anwesenden eher nicht engagierte Investoren sind, sondern vielmehr ehemalige Mitarbeiter der Firma mit einigen Belegschaftsaktien, für die die Versammlung mehr oder weniger ein Familienausflug ist. Spielt es jetzt eine Rolle für die Firma, ob du dort gewesen bist? Die Hauptversammlung einer deutschen AG ist beschlussfähig, wenn mindestens 50 Prozent des Grundkapitals vertreten sind. Es sei denn, die Satzung der AG enthält eine höhere Quote. Auf deinen sicherlich eher vernachlässigbar kleinen Stimmenanteil kommt es also wohl kaum an. Es ist letztlich ja auch so, dass du nicht so tief in die Geschäftspolitik der Firma eingedacht bist, dass du qualifizierte Entscheidungen treffen könntest. Spielt es denn eine Rolle für dich, ob du dort gewesen bist? Die Geschäftszahlen, die präsentiert werden, kannst du jederzeit von zu Hause aus nachlesen und erfordern nicht, dass du an der Hauptversammlung teilnimmst. Interessant ist aber etwas anderes. Du bekommst einen Eindruck von den Persönlichkeiten, die die Firma prägen und von der Firmenstruktur. Wie tritt der Vorstandsvorsitzende auf? Als Bewahrer der langen Firmenkultur eines familiengeführten Unternehmens oder als Söldner, dessen hochfliegende Pläne vor allem dem Salär des Vorstandes guttun? Wirkt er kompetent und überzeugend? Denn das sollte man ja wohl vom ersten Manager eines Unternehmens erwarten. Hat man in der Hauptversammlung das Gefühl, dass der Aktionär mehr ist als eine Plage, die man einmal im Jahr tragen muss? Von daher habe ich bei der Fuchs-Petrolob-Hauptversammlung einiges hierzu erfahren, was mein Bild von der Firma mitprägen kann. Zusammenfassend muss ich allerdings sagen, dass die Entscheidung, in eine AG zu investieren oder eben investiert zu bleiben, nicht auf der Hauptversammlung zu treffen ist. Hier gehören doch mehr an Zahlen und Hintergrundanalyse dazu und eine Einschätzung der Solidität und Zukunft der Firma. Guy Speer, ein erfahrener Buy-and-Hold-Investor und eines meiner Vorbilder beim entspannten Investieren, hat ebenfalls striktere Ansichten zu diesem Thema. In seinem Buch »Leer- und Wanderjahre eines Value-Investors«, welches ich dir sehr ans Herz legen möchte, vertritt er die Ansicht, auf keinen Fall mit dem Management einer Firma in Kontakt zu treten. Warum so strikt? Er führt dazu aus. Auch wenn es kätzerisch klingt, aber nach meiner Erfahrung ist enger Kontakt mit dem Management eher schädlich für meine Investmenterträge. Das Problem dabei ist nämlich, dass Führungskräfte, besonders der CEO, also der Chief Executive Officer oder in Deutsch der Vorstandsvorsitzende, oft hochtalentierte Verkäufer sind. Egal, welche Zahlen ihr Unternehmen gerade schreibt, sie haben ein Händchen dafür, den Zuhörer hinsichtlich der Aussichten des Unternehmens optimistisch zu stimmen. Diese Fähigkeit, das Publikum zu gewinnen, hat sie vielleicht an die Spitze des Unternehmens gebracht. Aber diese Quaschelbegabung macht sie nicht unbedingt zur verlässlichen Informationsquelle. Soweit Geis Bier. Dies sollten wir im Auge behalten. Wunderbar überzeugend vorgetragene Zukunftsaussichten dürfen den Blick auf die Aussichten eines Unternehmens nicht in leuchtenden Farben erscheinen lassen, die uns den Blick auf die Realität verstellen. Wenn wir an Starkkult denken, dann fällt uns natürlich sofort eine andere Firma ein. Gerade Tesla-Jünger sollten sich vielleicht einmal das gesamte Buch von Geis Bier zu Gemüte führen, denn bei Tesla wird ein Starkkult um Elon Musk gepflegt, der einzigartig ist. Einzigartig naiv, denn wir legen nicht unser Geld einem Popstar zu Füßen, sondern wollen unverstellt von seinen Leistungen als Verkäufer und Selbstdarsteller überzeugt von der gesamten Firma sein. Kurz gesagt, Anleger, die Elon Musk so ehrfürchtig wie er geben, mit Elon ansprechen, wenn sie über niemand anderen als einen ihrer Mitarbeiter in Führungsposition reden, haben die Grundzüge des entspannten und rationalen Investierens wohl kaum richtig verstanden. Kommen wir nun zur Ausgangsfrage zurück. Ist die Teilnahme an einer Hauptversammlung vergeudete Zeit, die du auch besser nutzen kannst? Zum großen Teil kannst du dir die Teilnahme schenken, auch wenn du einen Eindruck des Führungspersonals der Firma erhältst. Aber da der Ablauf der Versammlung stark formularisiert ist, halten sich hier die Erkenntnisse in Grenzen. Aber ich will dich nicht abhalten, nichts weh hin, wenn du Fan von Würstchen mit Kartoffelsalat bist. Soviel dazu heute. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Abonnement da, damit dieses Video auch anderen auf YouTube angeboten wird. Auch ein Like und ein Kommentar sind in diesem Sinne sehr freich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.